Wie kommt er denn? Er galt sich auf, erst mal wie er... Weil er den Film gesehen hat über sich selbst. Achso. Natürlich. Jetzt schreibt er. Naja. Soll hierher kommen zocken. Naja, warum denn nicht? Eigentlich sollte man sich seine Let's Plays nicht angucken. Das kannst du noch schreiben. Äh, Danny, siehst du mich noch? Danny? Ja. Weiter rechts. Weiter rechts. Noch nicht viel. Auf die Häuser halt so. Okay. Eher auf die Scheune oder auf die normalen Häuser? Die normalen. Dann dahinter auf den Felsen. Ah, stimmt, ich sehe nämlich. Das ist ja ganz wie in alten Zeiten, Danny. Ja. Ah, jetzt sehe ich einen dann mal am Heu rumwandern. Schöne Landschaft hier. Wenn wir das Spiel eins scannen, ist es Landschaftenblock auf der Stelle, ne? Ja. Denkst du, die machen das manuell? Die Maps hier oder generieren? Manuel. Die werden tatsächlich auch manuell gemacht, ja. Ich hab das mal auf so einem Developers Blog gelesen, dass die dann erzählt haben, dass sie halt dafür extra mit der Mannschaft hier gegen marschiert sind und Sachen abpropografiert haben und so weiter und so fort. Ja. Respekt. In der Tat, ja. Von dem her ist dann die Engine schon gut gewählt, aber natürlich für andere Dinge absolut schlecht. Zum Beispiel für alles andere. Ja, genau. Das ist ja real. Das ist gut. Ich spiele kein einziges Spiel zur Zeit. Ja, seriell, ja. Wie eine serielle Schnittstelle. Das ist ja auch nicht so. Ist da oben irgendein Tafel, neben dem Stein auf dem Felsen. Ist da oben irgendein Tafel. Neben dem Stein auf dem Felsen. Ein was? Ich hab hier ein Fernglas. Ja, oder was? Eine Fritze. das kann ich endlich dahin gucken war das ist ein jünger der liegenden dabei sollte man ein bisschen vorsichtig sein nicht ja die fünf weiteren Schloss werden manchmal schon gar nicht schlecht woher man hat ihren Verweihung sein er hat den Berndungsrugzeug den Bauern der Kräfte der Kunstwerber meine ich bin der Leute nachher ist das anders wenn er ausgefahren Da hinten ist die Military Base, wir sind schon ziemlich, ziemlich nah dran, deswegen würde ich sagen, Achtung ist geboten. Gehen wir erstmal zum Jägerstand hoch. Nenny, du bist schon oben, ne? Ja, ich bin schon oben. Aber das Cutter ist auch noch zu, also da war noch keiner. Gut. Dann. Wo kommst du jetzt her? Ich laufe mal gerade aufs Gelände. Hm, der nur wacht da kurz, ne? Ich, da? Bist du oben auf der Kuppel, oder wo bist du? Ja, ich? Ich laufe schon ins Runde zum Gelände, wenn ja eh keiner da ist. Ja, wenn ja eh keiner da ist. Ja, 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 ja. Bis dann doch jemand da ist. Nikto, kommst du? Ja, ja, ich hab eigentlich gerade mit euch gelaufen. Okay, da seid ihr verschwunden. Hier sind wir auch einen schönen Blick nach hinten. Wow, ne? Und zack. Du bist zum Gatter? Ja, bist zum Gatter rein. Ja. Dann gehen wir zum linken Gatter rein, ja? Okay. Ich bin in ein Kamuflarschgebäude. Das ist noch original zu. Oh, UN-Blautruppe. Oder bis zum Beispiel Blauen-Truppe. Also, Robert. Ich müsste den Joggingang zu wollen. Was willst du? Ja, es soll hier ein Adidas-Anzug finden geben. Stimmt, der ist auch noch ja. Also, und rein. Also, warum? Ja, also, wie doch. Hier liegt ein Sichel. Ja, ich kämpfe mit meiner Waffe irgendwie doof. Äh, äh, ich mache den Eindruck. Ach, ein Eindruck. Ich nehme diese Baracke rein. Weil ich schon wieder decken. Komm, dann nicht so ganz klar. Solle, ich bin da rein. Ich bin da rein. Ich bin da ein Komplett aus dem Gelaufen, weil ich da eine andere falsche Stelle vermute. Das geht ein. ich habe mir gerne meinen Prozent die Klinik der Klinik in der Stadt ich glaube es ist auch wieder untenrum und so aus auch wieder draußen ist verstanden so dann habe ich hier Hallo? Was ist denn in-game? Das war Danny, glaube ich, oder? Das sei halt so witzig. Mach deine Tür auf und sag Hallo. Wenn das ein in-game ist, dann ist er echt nett. Ja, in der Tat, wer hier überhaupt was spricht. Die schießen doch an. Hier hab ich eine ja. Ich lebe schon so lange, dass ich vergessen habe, dass man hier auf andere Spieler aufpassen muss. Das hat. Das kennt man, nur so gut. Oh Gott, ich hab keinen Platz mehr für den ganzen Mist hier. Mal den Scheiß-Technical Becken auch. Mosin-Munition? Nein. Das braucht der Flo. Der hab ich, 20 Schuss. Der zerfüll nicht in den TS-Kamm. Weil ich glaube, er schaut erst mal. Ach, der ingeniert sich, oder so? Wer auch noch beim neue SKS. Das ist ein Oliven-Tactical-Shirt, Danny. Nö, nö. Nö, nö. Und wieder raus, Victor. Ja, ich wäre fertig. Die anderen beiden Bracken gelobet? Ja. Dann laufe ich mal hinterher. Ja. Die Zigarette wäre nicht schlecht. Verloren. Verloren. Aus dem Sichtfeld. Wir sind in den Baracken. Ja, hier, dann kommt doch zu mir. Du bist wo? Ja, hier. Hallo. Rechts. Ah, ja. Ne, das bin ich. Hallo, Manny. Achso. Hallo? Sie blind? Das ist, man sieht dich nicht. Ach, jetzt sagt, okay. Einmal tot. Einmal tot. Einmal tot. Dann liegt das gerade in Verbindung. Dann sehe ich die hier. Das ist Christian, also Mann. Bestimmt, der läuft da vorne. Ich schaue. Nicht up to date, das Ganze hier. Ich sag, Flo, er soll herkommen. Und der sagt, ich muss noch erst zu Ende gucken. Jetzt guckt er sich, wie der andere abkommt. Ja. Habt ihr die Sonne gesehen? Zwei unseren Linken. Ja. Tatsächlich. Wir sind tatsächlich die Einzige haben gesehen. Du bist ein Keksmapfel. Er hat lieber wohl zugestehen, dass es sich über die Landschaft freut. Ja. 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 Du hast sie dann schon mal beigebracht. Ja. Und dann kann man ca. Haubeln, die ohne mich verschlagen. Ja. Dann kann man saubeln, wie am Ende mich erschlagen. die Sitzung alle vor der Anwende Prozent wo warst du denn wenn ich sagen darf auch arbeiten das ist nicht verkehrt wir hatten heute Autopilot und sonst ist die US-Ratlager kaputt gegangen wo war der Bus hin und her geschwenkt und umfassen wir hatten fast das Rad verloren ich war schon besser mit der AC die er hat immerhin da auch er wäre es irgendwie in der Führung wir sind da das ist wie vor Entschuldigung Frau bezeichnen auf das zweite Gameplay ist so geil und vor allem steht es zu dritt da auch immer Boah scheiß ich wurde getroffen Und dann stehen wir zu dritter an der Mauer und der in der Mitte klappt einfach zusammen, aber voll spät, der Schuss kam und 30 Minuten spät kommen. Nee, ne? Hm. Boah, das laggt ja. Gewaltig. Hat kurz am Desktop schon. Ach. Ähm. Da träg ich ja noch was. Ach, wir haben hier Garagen. Schau mal, was ist denn das schon so? Wir haben noch deine, äh, deine Brand Nokias. Da der Full decrypt. Neh mich dann gerne an. Ja. Naja. Kann ich dir gerne an, hast du irgendwann Hunger oder sowas, weil ich dir hab so viele Zeugen, da kann ich nicht schlafen. Ah, das kann... Wird nicht viel, ich hab noch einen Rucksack mit 4 ohne Munition. Kommunition hab ich ja mehr genug, ne? Naja, Munition haben wir. So, wie viele könnte ich dir auch geben, sowas. Okay. Wollen wir das machen, Victor? Wollen wir das machen, Victor? Ich esse noch die Orange. Und dann... Ist die Orange. Oh. Ida? Po. Und da muss ich mir Actually dran... Wie? Oh, weißt du schon. Wo hast du denn noch Ja? Naja. Ich bin ja nicht... Ich bin ja nicht... ... Besonders, wie Sie wissen. das ist der Mann ich bin so klar auf am Schreibtisch aber frische der Landwirtschaft das ist ein Problem der Hauptsache im Zaun und dann das ist ein Weg ja, wir müssen es uns sehen, ja genau, servus ah, die Sonne blenden ja, tage, tage weil ich merke, wie oft ich in Getarzeige und sagt an die Kreuzung ja so ein Rücken ist angenehmer Elektro ist nicht mal gelöst oh das weckt ja nicht schön nicht schön erlaub mir eine Pause hier zu machen